Wenn Ihr Unternehmen wächst und die Menge der zu verwaltenden Daten zunimmt, müssen Sie möglicherweise einen Data Lake einrichten. Aber was ist ein Data Lake und wie geht man bei der Entwicklung eines solchen vor? In diesem Beitrag werden wir die verschiedenen Aspekte der Data Lake Architektur untersuchen und Ihnen bei der Entscheidung helfen, was für Ihr Unternehmen am besten geeignet ist. Wir erörtern auch die Vorteile der Trennung von Data Lakes und ihrer Zusammenführung zu einer einzigen Einheit. Schließlich werfen wir einen Blick auf einige der neuesten Trends in der Big Data Virtualisierung. Ein Data Lake ist ein großes, zentrales Repository für alle Daten Ihres Unternehmens. Er kann sowohl strukturierte als auch unstrukturierte Daten speichern und ist damit eine ideale Lösung für Big Data Projekte. Der Hauptvorteil eines Data Lake besteht darin, dass er einen zentralen Zugriffspunkt auf alle Ihre Daten bietet. Das macht es einfach, die benötigten Informationen zu finden und zu nutzen, wenn Sie sie brauchen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, einen Data Lake zu organisieren. Der gängigste Ansatz besteht darin, die Daten in Zonen aufzuteilen. Die Landing- oder Rohzone enthält die unverarbeiteten Rohdaten aus Quellen wie Sensoren, sozialen Medien, Protokollen und Transaktionen. Die Goldzone enthält die verarbeiteten oder bereinigten Daten, die verifiziert und ist einsatzbereit. Die Work-Zone enthält die Daten, die für aktuelle Projekte oder Analysen verwendet werden. Die sensitive Zone enthält sensible Daten, die geschützt werden müssen, zum Beispiel persönliche Informationen oder geistiges Eigentum. Eine andere Möglichkeit, einen Data Lake zu organisieren, besteht darin, mehrere Lakes zu erstellen, von denen jeder seinen eigenen Zweck hat. Sie könnten zum Beispiel einen Lake für Kundendaten, einen Lake für Finanzdaten und einen Lake für Personaldaten haben. Es gibt mehrere Vorteile, wenn Sie Ihre Data Lakes getrennt halten. Erstens können Sie so die Daten in jedem Lake übersichtlich und leicht auffindbar halten. Zweitens bietet es Sicherheit, da sensible Daten in einem eigenen See isoliert werden. Drittens ist es einfacher, Datenvorschriften einzuhalten. Viertens können Sie mit verschiedenen Datenverarbeitungstechniken experimentieren, ohne den Rest des Unternehmens zu beeinträchtigen. Die Zusammenführung Ihrer Data Lakes zu einer einzigen Einheit hat ebenfalls Vorteile. Erstens bietet es einen einzigen Zugangspunkt zu allen Daten. Zweitens ist es dadurch einfacher, Informationen zu finden und für die Entscheidungsfindung zu nutzen. Drittens können Sie durch die Konsolidierung aller Daten an einem Ort Redundanzen reduzieren und Speicherplatz sparen. Viertens wird die Einhaltung von Datenvorschriften vereinfacht. Ein cloudbasierter Data Lake ist eine großartige Option für Unternehmen, die die Vorteile von Big Data nutzen möchten, aber nicht über die Ressourcen oder Know-how, um ihren eigenen Data Lake aufzubauen. Mit einem cloudbasierten Data Lake können Sie Ihre Daten in der Cloud speichern und verarbeiten, ohne sich um die Infrastruktur oder Sicherheit kümmern zu müssen. Ein virtueller Data Lake ist eine logische Darstellung eines physischen Data Lake. Er ermöglicht es Ihnen, mehrere Quellen von Big Data zu aggregieren und zu verwalten, ohne die Daten physisch bewegen zu müssen. Dies ist nützlich für Unternehmen, die Daten aus verschiedenen Quellen analysieren möchten, aber nicht über die Ressourcen oder das Fachwissen verfügen, um für jede Quelle einen eigenen Data Lake zu erstellen. Data Federation ermöglicht es Ihnen, Daten aus verschiedenen Quellen in einer einzigen Ansicht zu kombinieren. Dies erleichtert das Auffinden und die Nutzung von Informationen aus verschiedenen Quellen. Selbst wenn die Daten an unterschiedlichen Orten oder auf unterschiedlichen Plattformen gespeichert sind, Big Data Virtualisierung Big Data Virtualisierung ist eine Technik zur Verwaltung und Verarbeitung großer Datenmengen. Sie ermöglicht es Ihnen, eine einzige, einheitliche Ansicht aller Ihrer Daten zu erstellen, unabhängig davon, wo sie gespeichert sind oder wie sie formatiert sind. Das macht es einfacher, die benötigten Informationen zu finden und zu nutzen, wenn Sie sie brauchen. Redundante Daten sind eine Verschwendung von Zeit und Ressourcen. Durch die Beseitigung redundanter Daten können Sie Speicherplatz sparen und den Zeithaufwand für die Verarbeitung und Analyse Ihrer Daten verringern. Ein Data Lake ist eine großartige Möglichkeit, Big Data zu speichern und zu verarbeiten. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, einen Data Lake zu organisieren. Jede mit Ihren eigenen Vorteilen. Sie können auch mehrere Seen erstellen oder sogar einen virtuellen See. Wichtig ist, dass Sie die Option wählen, die Ihren Bedürfnissen am besten entspricht.